Beim ersten Mal habe ich ein bisschen Blut geleckt. Beim zweiten Mal erhoffe ich mir einfach noch mehr Menschen zu zeigen, was in mir steckt. Ich möchte einfach mal das Gefühl erfahren, wie das ist. Wenn sich da einer umdreht, zweimal rausfliegt, ist es natürlich doppelt scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020